Wenn Sie wissen wollen, wie man ein Testament verfasst und welche Stolperfallen man unbedingt vermeiden sollte, dann haben Sie sich das richtige Video ausgesucht. Allerdings ist dies bereits Teil 3 über das Verfassen von Testamenten. Wenn Sie die ersten beiden Teile noch nicht gesehen haben, empfehle ich Ihnen, bei Teil 1 zu beginnen. Im folgenden Teil 3 erkläre ich, wie man einzelne Vermögensgegenstände oder Geldbeträge verschiedenen Personen zukommen lassen kann. Also bleiben Sie dran, gleich geht's los. Im letzten Video hatten wir festgestellt, dass es entscheidend darauf ankommt, im Testament zu bestimmen, wer Erbe sein soll. Am einfachsten ist die Erbeinsetzung einer einzelnen Person. Häufig wird sich dies aus Gerechtigkeitsgründen nicht machen lassen. Wenn beispielsweise zwei Kinder vorhanden sind, neigen die meisten Menschen dazu, beide Kinder gleichberechtigt zu erben, zu berufen. Aus dem Gerechtigkeitsempfinden heraus ist das auch völlig okay. Aber seien Sie sich darüber im Klaren, dass auch unter Geschwistern, die sich bisher gut verstanden haben, wegen eines Erbfalles erhebliche Streitereien auftreten können. Eine Möglichkeit, dies zu vermeiden, ist einerseits eine sogenannte Teilungsanordnung. Das heißt, der Erblasser bestimmt im Testament, dass beide Kinder zu erben berufen werden, aber zum Beispiel die Tochter die Eigentumswohnung bekommt und der Sohn das Barvermögen und die Wertpapiere. Ferner ordnet er an, wer den besseren Schnitt, in Anführungszeichen, den besseren Schnitt gemacht hat, dem anderen einen Ausgleich zahlen muss. Also eine Teilungsanordnung hilft in vielen Fällen, einen Erbenstreit zu vermeiden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, sogenannte Vermächtnisse anzuordnen. Vermachen und Vererben wird im normalen Sprachgebrauch ja oft völlig gleichbedeutend verwendet. Rechtlich ist dies aber ein gewaltiger Unterschied. Angenommen, Sie haben ermittelt, dass Ihr gesamter Nachlass 200.000 Euro beträgt. Dann können Sie zum Beispiel formulieren, ich setze meinen Sohn Hans zum Alleinerben ein. Als Vermächtnis erhält meine Tochter Susanne eine Bargeldzahlung in Höhe von 100.000 Euro. Haben Sie was gemerkt? Die Tochter stellt sich wirtschaftlich nicht schlechter, als wenn auch sie zu Erben berufen wäre. Aber es kann keinen Streit zwischen den Geschwistern geben, denn Susanne kann von ihrem Bruder nur eine Geldzahlung verlangen. Sie kann zum Beispiel nicht mitreden bei der Frage, ob die Eigentumswohnung, die sich in dem Nachlass befindet, verkauft wird, oder ob Hans die vielleicht behält und lieber eine Grundschuld eintragen lässt, um seine Schwester auszuzahlen. Verstehen Sie den Unterschied zwischen Erbe und Vermächtnisnehmer? Der Erbe tritt als gesamten Rechtsnachfolger in die Rechtspositionen des Erblassers ein. Der Vermächtnisnehmer hat einen Anspruch gegen den Erben, den der Erbe erfüllen muss. Die Möglichkeiten sind hier sehr weitgehend. Man kann Vermächtnisse zugunsten von einzelnen Menschen anordnen, zum Beispiel für eine Lebensgefährtin oder einen Lebensgefährten, wenn die eigenen Kinder Erbe werden sollen. Man kann auch einer juristischen Person, zum Beispiel einer Kirche oder einem Verein oder dem Tierpark ein Vermächtnis zukommen lassen, weil der Erblasser diese Institutionen unterstützen will. Schließlich muss bei einem privatschriftlichen Testament unbedingt darauf geachtet werden, dass man keine Pflichtteilsrechte verletzt. Wer ist pflichtteilsberechtigt? Nun, das sind an erster Stelle die eigenen Kinder, und zwar alle Kinder gleich, das heißt, sowohl eheliche wie auch nicht-eheliche Kinder oder Kinder aus früheren Ehen sind gleichberechtigte gesetzliche Erben und haben Pflichtteilsansprüche. Des Weiteren ist der Ehegatte Pflichtteilsberechte. In bestimmten Voraussetzungen haben auch die Eltern des Erblassers einen Pflichtteilsanspruch. Das Pflichtteilsrecht ist ziemlich kompliziert. Hier gibt es eine Menge Fallstricke. Deswegen wird es zu diesem Bereich noch ein separates, wahrscheinlich mehrere separate Videos geben. Ich wollte es an dieser Stelle nur schon einmal erwähnen, denn man muss beim privatschriftlichen Testament, insbesondere wenn man sich von der normalen gesetzlichen Erbfolge, also an die Kinder, weit weg bewegt, höllisch aufpassen, dass man keinen Pflichtteilsberechtigten übersieht beziehungsweise dessen Pflichtteilsanspruch missachtet. Deshalb sollten Sie sich das Video über das Pflichtteilsrecht unbedingt anschauen. Überlegen Sie, ob Sie bei einem privatschriftlichen Testament nicht einen Testamentsvollstrecker einsetzen. Der Testamentsvollstrecker hat die Aufgabe, den letzten Willen, den Sie im Testament formuliert haben, in Ihrem Sinne umzusetzen. Insbesondere wenn Sie mehrere Erben bedenken wollen, es also eine Erbengemeinschaft gibt, kann Testamentsvollstreckung sehr hilfreich sein, dass Ihr letzter Wille auch tatsächlich zur Geltung kommt. Abschließend möchte ich Ihnen noch ans Herz legen, was nicht in ein Testament hineingehört, aber von vielen Menschen dort hineingeschrieben wird. Bitte vermeiden Sie es, irgendwelche Anweisungen oder Wünsche dort zu formulieren, wie Sie sich Ihre Beisetzung und die Trauerfeier vorstellen. Hierfür gibt es andere Möglichkeiten. Zum Beispiel können Sie eine Beisetzungsverfügung erstellen. Im Testament hat so etwas nichts zu suchen. Dies hat vor allem einen praktischen Hintergrund. Häufig werden Testamente durch die Nachlassgerichte erst einige Zeit nach dem Tod des Erblassers eröffnet. Da können schon mal schnell einige Wochen, in Extremfällen vielleicht sogar ein ganzes Jahr vergehen. Alle Wünsche und Anweisungen, die Sie dann für Ihre Beisetzung testamentarisch verfügt haben, laufen ins Leere, weil zum Zeitpunkt der Eröffnung des Testaments bereits längst alles durchgeführt worden ist. Also, fassen wir noch einmal zusammen. Für ein privatschriftliches Testament ist es am wichtigsten, dass es von vorne bis zum Schluss eigenhändig geschrieben, handgeschrieben, verfasst wurde. Unterschreiben Sie es so, dass man klar erkennen kann, dass Sie es selbst verfasst haben. Setzen Sie ein Datum hinzu, damit man sieht, wann es verfasst wurde. Legen Sie fest, wer Ihr Erbe sein soll. Machen Sie sich also Gedanken darüber, wer Ihr Rechtsnachfolger wird und wer in alles, was Sie hinterlassen, eintreten darf oder auch eintreten muss. Prüfen Sie, ob die Anordnung einer Testamentsvollstreckung in Ihrem Fall eine gute Sache sein könnte und sprechen Sie bereits jetzt mit jemandem, der dieses Amt, sei es berufsmäßig, sei es ehrenamtlich, übernehmen könnte. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video einige Anregungen zum Nachdenken geben. Mich interessiert, wie haben Sie es denn gelöst? Haben Sie schon ein Testament? Haben Sie diese Punkte auch beachtet? Schreiben Sie es gerne in die Kommentare. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie mir einen Daumen nach oben. Und wenn Sie weiter informiert werden wollen über alle Fragen rund um Testamentsvollstreckung, Nachlassverwaltung und Erbenmediation, dann abonnieren Sie doch einfach diesen Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.